Guten Morgen, liebe Anastasia. Ich wollte dir ja noch eine Rückmeldung geben zu dem Online-Kurs. Also ich hatte das große Glück und durfte den 15-tägigen Online-Kurs besuchen als einer der ersten. Und seitdem hat sich für mich sehr, sehr viel verändert. Ich würde sagen, die größte Veränderung an und für sich ist, dass ich mich mehr mit meinem Körper beschäftige und im Gesamten ein besseres Körpergefühl habe und mich auch weiblicher fühle. Was es jetzt allein für Auswirkungen auf meine Joni hatte, die sind auch sehr groß. Ich bin seitdem deutlich feuchter. Meine Orgasmusfähigkeit ist größer geworden. Ich kann die Intimmuskeln besser anspannen. Ich habe vorher auch schon Intim-Training gemacht. Aber das war dieses ganz typische Becken-Bodentraining, was man kennt, wo man nicht so gezielt die unterschiedlichen Strukturen ansteuert. Beim Becken-Bodentraining wird in der Regel einfach alles angespannt. Und beim Intim-Fitness kann man die verschiedenen Strukturen lernen, man zu unterscheiden. Und das macht das alles schon immer ganz besonders. Das macht auch den Sex immer ganz besonders. Ich habe im Anschluss dann auch an das 15-tägige Training das IM-Building gebucht, die Stufe 1. Und seitdem ist das alles noch intensiver geworden. Und das ist eine so tolle Erfahrung. Ich hätte es überhaupt nicht gedacht, dass das möglich ist. Ich dachte, ich bin schon ein sehr sexueller Mensch und kenne mich da sehr gut aus. Aber ich habe jetzt gemerkt, ich irre. Und es gibt jetzt noch Bereiche in meiner Intimmuskulatur, die ich noch nicht kenne, die ich zwar langsam erahne und auch leicht spüre, aber ich weiß, dass es erst in den nächsten Kursen dran kommt. Ich bin super, super begeistert. Kann das jedem nur empfehlen. Und würde es auch jederzeit wieder machen. Ich bin super, super begeistert.